Hast du schon mal dran gedacht, was anderes zu machen? Was nicht mit unserem Job zu tun hat? Mal was völlig Neues. Denk mal drüber nach. Mach deine scheiß Augen zu! So, und jetzt schlag ihm die scheiß Rübe ab. Die Brennans werden in dieser Stadt sehr respektiert. Es wird drei Lieferungen geben, pro LKWF für 30.000 Stück. Die Serben sind mit von der Partie. Es gibt ein schönes Blutwert. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Du hast vergessen, wer du bist, wenn du bist ein verfickter Betrüger! Verpiss dich! Hier entwickelt sich gerade eine sehr interessante Situation, Ladies and Gentlemen. Du kriegst was, von dem ich weiß, dass du es unbedingt haben willst. Wenn ich Jed Brannan und seine verschissene Kuh... Wird nicht frech, Arschgesicht! Wisst ihr, das Problem ist? Diese jungen Gangs von heute... Die haben keinen Respekt mehr. Die denken, dass die scharfen Autos... ...und die feschen Klamotten echte Männer aus ihnen machen. Wir werden sehen, wer die echten Männer sind. So läuft das Geschäft. Das Hoodie, das ist eine Essay enternobyl επisch. Der Keir, das schaut ab.